Civilization 7 hat Völkerwechsel mit jedem Zeitalter wie Inhumankind Keine Baumeister Keine Bürger, die ich zwischen Feldern her schiebe Keinen Religionssieg mehr Keinen der Distrikte aus Civ VI mehr, unterdessen ein komplett anderes System Und trotzdem fand ich's beim Anspielen richtig cool So, jetzt habe ich euch erstmal komplett überfahren Aber das ist die authentische Maurice-Weber-Erfahrung Denn genauso ging's mir, als ich zu Firaxis flog Um das neue Civilization 3 Stunden lang zu spielen Und ich war lange nicht mehr so gespannt auf einen Termin Jedes neue Civ hat die grundlegende Weltgeschichtstrategie-Formel Ja teils radikal anders interpretiert Und wir mussten jetzt 8 Jahre drauf warten zu sehen Was wohl die große Neuerung bei Civ VII sein wird Und ehrlich gesagt, ich hab mir Sorgen gemacht Als wieder AdBeach von Civ VI als Lead Designer angekündigt wurde Weil ich wollte ja einen neuen Ansatz Und bei den letzten Civs war jedes Mal ein neuer Kopf am Ruder Aber kaum, dass der Mann den Mund aufmachte Wurde mir klar Ey, ich hab AdBeach Unrecht getan Der ändert ja alles Also, schauen wir uns das mal näher an Civ VII scheint mir zwei Ziele zu verfolgen Zum einen will es das Spiel besser in Kapitel unterteilen Zum anderen will es weniger Micromanagement und Fleißarbeit Dafür mehr interessante strategische Entscheidungen Und ich mag das Aber ich will euch zur Einordnung vielleicht erstmal mitgeben Woher ich da komme Bei Civ VI bin ich vor allem Multiplayer-Spieler Denn es hat sich in der deutschen Strategieszene Zur noblen Institution entwickelt Dass die Gentlemen dieser Welt regelmäßig zusammenkommen Um es in Civilization auszutragen Wie es Gentlemen das eben tun Liebe Leute, bitte einmal Nils hochheben lassen Hochheben mache ich dann danach Einmal Nils bitte hochleben lassen Applaus für Nils Blumen für ihn, was auch immer Ja, fick dich Nils Was hat er jetzt gemacht Und auch auf die Gefahr, Ketzerei zu begehen So sehr ich es mag Finde ich Civ VI tatsächlich teils etwas zu fummelig und abstrakt Es artet doch teilweise sehr in ein Stapeln Wenig greifbarer, wenig intuitiver Boni aus Und damit halt auch tatsächlich eben recht viel Micromanagement und Fleißarbeit Ich habe deswegen grundlegend Bock auf was Neues Aber ich vermute, viele die Civ VI richtig toll finden Werden auch nicht alles an dieser neuen Richtung mögen Ich dagegen, ich gebe es zu Hatte direkt einen positiven Ersteindruck Allein schon, weil ich manchmal dann doch ein oberflächlicher Sack bin Und mich riesig gefreut habe Dass Civ VII ein wenig weggeht von der Cartoon-Grafik Es ist immer noch kein hyperrealistisches Spiel, nein Aber sagen wir mal, es ist mehr Gemälde als Comic Als Inspiration haben die Entwickler ein paar Gemälde von Albert Bierstadt und Thomas Cole gezeigt Die ich euch ja auch nicht vorenthalten will Und die sehr schön mit ein wenig Schatten, aber auch goldenen Lichtstrahlen spielen Und das übersetzt sich jetzt, finde ich, nicht eins zu eins in die Spielgrafik Aber das Spiel sieht schön aus und führt auch Mechaniken ein Die optisch für mehr Atmosphäre auf der Weltkarte sorgen Wir sehen in Stadtdistrikten, welche Gebäude wir dort gebaut haben Wir sehen die Mauern um Distrikte Denn Mauern werden jetzt nicht mehr nur ums Stadtzentrum gebaut Sondern um jeden Stadtbezirk können wir Mauern errichten Wenn er an einen Bezirk angrenzt, der schon Mauern hat Und dann müssen alle Bezirke erobert werden, die Mauern haben, um die Stadt zu stürmen Und das sieht man eben auch und das sieht, finde ich, ziemlich cool aus Außerdem gibt's Befehlshaber, die mit ihrer Armee über die Karte marschieren Und dann hast du halt tatsächlich eine geordnete Legion, die über die Weltkarte marschiert Was einfach kleine Details sind, die dafür sorgen, dass mir die Stimmung, das Design von Civ 7 sehr gut gefallen hat Deutlich besser als von Civ 6, das ich ehrlich gesagt inzwischen nur noch mit der Bitte sie mehr wie Civ 5 und ein bisschen realistischer aus Mod spiele Geschmackssache, ja, aber ich mochte es sehr Und wo wir gerade bei guter Grafik sind, welch perfekte Überleitung zu den Sponsoren dieses Videos, Nvidia und Gameboard Die bieten gerade Grafikkarten-Bundles mit Blackmouth Wukong an Und das sieht auch ganz gut aus, hab ich mir sagen lassen Mit vollem Path-Tracing und allem drum und dran Wenn ihr euch das zusammen mit einer ATX-Karte der 40er-Serie von Gameboard holen wollt, findet ihr den Link dazu in der Beschreibung Und weiter geht's mit meiner Beschreibung, meiner Ellen Langen von Civ 7 Gameplay Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Dafür kehren wir mal zurück zu den zwei Zielen Das Spielgeschehen in Kapitel unterteilen Und weniger Micromanagement Fangen wir mit den Kapiteln an Was genau bedeutet das und warum machen die das? Laut AdBeach war es durchaus nicht unüblich, dass Spieler während einer langen Runde Civ 6 Irgendwann das Interesse verloren oder Durchhänger hatten Und es war für die Entwickler eine Herausforderung Sie durchgehend bei der Stange und das Spielgeschehen spannend zu halten Es in Abschnitte zu unterteilen, soll Spielfluss und Spannungsbogen verbessern Insgesamt soll eine Partie aber genauso lange dauern wie bisher, nur eben anders strukturiert Okay, und wie geht das jetzt los? Zu Beginn wählen wir einen Anführer, wie bekannt Und wie nicht bekannt Separat Ein Volk Das ist jetzt komplett getrennt Das Spiel schlägt uns zwei historisch Passendes vor Für Augustus, zum Beispiel Rom oder auch Ägypten Das ja auch unter seiner Herrschaft war Wir können aber auch völligen Quatsch wählen Wie Augustus als Herrscher des antiken indischen Maurier-Imperiums Das eröffnet den Entwicklern zufolge auch neue Anführer Wie Benjamin Franklin oder Konfuzius Die gar keine Staatsoberhäupter waren Sondern in anderen Bereichen wichtige Führer ihrer Zeit So, und dann haben wir diese Staatkombination Und dann gibt es drei Epochen im Spiel Die Antike, das Entdeckerzeitalter und die Moderne Der Anführer bleibt durch diese Epochen Aber wir wechseln das Volk bei jedem neuen Zeitalter Die Optionen dafür basieren zum einen auf unserem Volk Also wenn wir einen Volk in einer bestimmten geografischen Region als Staat gewählt haben Können wir andere aus dieser Region als Fortsetzung wählen Aber auch unser Anführer und das reine Gameplay geben uns Optionen Wenn wir zum Beispiel drei Pferderessourcen haben Können wir unabhängig vom Staatvolk die Mongolen wählen Das heißt, Augustus kann als Römer anfangen und dann zum Mongolenkönig werden Und ich bin sicher, ihr habt jetzt den gleichen Gedanken, wie ich da hatte Das ist doch die Mechanik von Humankind Die da irgendwie niemand so recht mochte Und die massiv dazu beigetragen hat, dass es nicht der große Ziv-Konkurrent wurde Der es werden sollte und ziemlich untergegangen ist Ja, eine gewagte Entscheidung also Ich persönlich bin da etwas zwiegespalten Denn auch schon bei Humankind und genauso hier Fand ich das vom reinen Gameplay eine sehr coole Mechanik Weil sie so viele Kombinationen erlaubt und Strategien ermöglicht Dass man einen Anführer mit einer Kette von Völkern kombiniert, die perfekt zu ihm passen Und, was für mich noch wichtiger ist Weil du dadurch in jeder Epoche ein relevantes Volk für diese Epoche hast Ich weiß, dass das ein Kern von Ziv ist Aber mich persönlich hat es immer ein bisschen gestört Dass ich halt dann die Römer wähle Und natürlich fühlen die sich dann früh wie Römer an Weil ich Legionäre habe Aber dann kommen wir irgendwann in spätere Zeitepochen Wo ich überhaupt nichts mehr habe Was die Römer wirklich erkennbar und merklich zu Römern macht Während man hier halt immer Völker hat Die für diese Epoche durchweg Einheiten, Boni und Gebäude haben Die man ihnen anmerkt Es gibt dadurch auch insgesamt viel mehr Völker Und die haben eigene Civics, die eigene Features freischalten Ägypter erforschen zum Beispiel zwei Gebäude Die dann zu einem Nekropolendistrikt verschmelzen Wenn wir sie beide im gleichen Distrikt bauen Wo man dann wiederum einzigartige Priestereinheiten rekrutieren kann Die wie große Personen einzigartige eigene Boni geben Aber das Ganze hat natürlich auch ganz klare Nachteile Es ist historisch noch mehr Quatsch als Civ eh schon war Ja, es war natürlich immer Unsinn Dass man als Teddy Roosevelt der Steinzeithäuptling Die Stadt Washington gründet In der Steinzeit Und dass dann diese amerikanische Nation von der Steinzeit in die Moderne führt Logisch Aber Dass gewisse Anführer völlig wild zwischen den verschiedenen Zivilisationen springen Im Lauf der Zeit Ist halt irgendwie noch unsinniger Wenn auch nicht ganz so krass wie in Humankind Weil der Wechsel ja nur zweimal stattfindet Weil du nur drei Epochen hast Weil der Anführer immerhin eine erkennbare Figur bleibt Statt die eher generischen Figuren von Humankind Und weil Civ halt doch ein bisschen darauf achtet Dass du nicht alles wählen kannst Sondern es ein bisschen an Bedingungen geknüpft ist Du kannst immer noch Unsinn machen Aber es gibt dir zumindest einen gewissen Pfad vor So einigermaßen historisch zu bleiben In einem gewissen Rahmen halt Ich kann ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen Wie das ankommen wird Weil ich es schon bei Humankind nicht so schlimm fand Wie viele andere Aber ich verstehe, dass die Identifikation potenziell sehr leiden kann Und damit auch das Spielgefühl Ich bin halt nicht mehr Cäsar, Herrscher von Rom Sondern Augustus, Herrscher von irgendwas halt Also spielerisch finde ich hat es viele Vorteile Von der Atmosphäre kann es auch Nachteile haben Den Zeitalterfortschritt bestimmen alle Spieler übrigens gemeinsam Indem sie auf einem oder mehreren der vier Siegpfade voranschreiten Wirtschaft, Kultur, Militär und Wissenschaft Jeder hat ein Ziel pro Epoche Für Militär zum Beispiel Städte besitzen Je weiter wir da kommen Desto mehr sogenannte Vermächtnispunkte und Vermächtnisoptionen schalten wir frei In der Antike müssen wir zum Beispiel zwölf Siedlungen besetzen Um für den Militärpfad alles freizuschalten Und dann können wir zum Beispiel für die nächste Zeit Direkt Infanterie in jeder Siedlung spawnen Und oder einen Produktionsbonus auf Militär bekommen Wir können auch auf mehreren Pfaden voranschreiten Und so Boni für die Sachen, die wir gut gemacht haben in der vorherigen Zeit In die nächste mitnehmen Und in der letzten Epoche sind diese Ziele dann die Siegbedingungen Am Ende gibt es zum Beispiel immer noch die Weltraumreise als Wissenschaftssieg Das finde ich persönlich ein sehr cooles System Das halt schon deutlich früher greift als die ganz klassischen Siegbedingungen Und dir durchweg Ziele und im Multiplayer, aber auch gegen die KI natürlich Punkte, um die du wetteifern kannst Schade finde ich nur, dass es halt nur diese vier Wege sind Es gibt zum Beispiel keinen Religionspfad Obwohl der Religionssieg für mich inzwischen doch ein sehr ikonischer Bestandteil von Civ VI ist Religion wird im Spiel sein Ich habe aber nur die Antike gespielt, wo sie noch so gut wie keine Rolle spielt Es gibt nicht mal Glaube als Ressource Sie soll später eine größere Rolle spielen Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Sieg vielleicht noch mit einer Erweiterung kommt Weil irgendwas, also der Fairness halber Irgendwas muss ja noch mit Erweiterungen kommen Und das fände ich auch jetzt okay Aber ist ein Schade in dem Fall Da fehlt halt auch ein bisschen was Gegen Ende einer Epoche droht dann eine Krise Die uns zwingt, immer mehr nachteilige Politiken in Kauf zu nehmen Wann die Epoche schließlich endet, beschleunigen alle Spieler Indem sie Meilensteine auf den verschiedenen Vermächtnispfaden erreichen Und okay, was passiert denn dann jetzt eigentlich genau? Das habe ich leider noch nicht gespielt Ich habe nur die Antike gesehen Und damit einen der wichtigsten Bestandteile des Spiels Also noch nicht selbst spielen können Aber ich habe mir zumindest von Ad Beach erzählen lassen Was da passiert Wenn du in die nächste Epoche voranschreitest Dann wählst du natürlich zum einen dein neues Volk Du nimmst aber auch einiges mit Deine Vermächtnisse, wie gesagt Auch spezielle Politikboni und Gebäude deines vorherigen Volkes Bleiben dir bestehen Und der Anführer bleibt Und der ist nicht nur optisch und mit seinen Startboni relevant Sondern wir leveln ihn auch mit Attributspunkten auf Und schalten dadurch noch mehr Boni frei Wie gesagt, ich mag den Strategiebaukasten Der sich durch dieses Epochensystem ergibt Durch das Kombinieren dieser Effekte Dass du halt einen Pfad durch das Spiel dir baust Indem du Startzivilisationen, Anführer, Attribute Vermächtnisse, die du dir verdienst Neue Zivilisationen, Gameplay-Mechaniken Verdienst und Schritt für Schritt aufbaust und kombinierst Also da sehe ich einiges Potenzial Jede Epoche soll das Gameplay dann grundlegend verändern Erst im Entdeckungszeitalter können wir zum Beispiel übers Meer segeln Und wie gesagt, wird auch Religion erst dann so richtig wichtig Und es gibt Neues zu tun Denn die Gebäude aus der vorherigen Zeit Sind dann nicht mehr so effektiv Sie behalten ihren Grundeffekt Verlieren aber ihre Zusatzeffekte Wie zum Beispiel Nachbarschaftsboni Manche sind zeitlos, die bleiben Aber wir sind sehr ermutigt Unsere Stadt neu zu überbauen Mit neuen Gebäuden aus der neuen Epoche Und da bin ich ehrlich, ich habe noch keine Ahnung Wie viel Spaß das macht Weil ich es eben nicht gespielt habe Für Ed Beach kam die Inspiration aus echter Geschichte Er hat uns Stadtpläne von London gezeigt Wo man sah, dass die Stadt immer wieder neu gebaut wurde Und ja tatsächlich nicht am Ende noch sehr viele Gebäude Aus der römischen Zeit übrig blieben von Londinium Während man in Civ VI seine Distrikte und Verbesserungen Ja teils schon in der Antike Für Boni plant Von denen man halt weiß Auswendig gelernt hat Dass sie dann irgendwann im Industriezeitalter dazukommen Und das ist ja tatsächlich jetzt nicht Wie echte historische Stadtplanung funktioniert hat Von daher mag ich diesen Ansatz Es ein wenig kompakter und organischer zu gestalten Civ VII will dieses Puzzlen nicht verlieren Aber eben Einen neuen Ansatz verfolgen Wie man dabei vorgeht Finde ich eben grundsätzlich gut Weil ich das in Civ VI teilweise schon sehr verkünstelt fand Ich bin nur noch unsicher Ob es nicht halt sehr demotivierend ist Dass bei jedem Epochenwechsel Dann alles was du bisher an Gebäuden gebaut hast So viel Effektivität verliert Und es immer wieder einen Punkt gibt Wo du halt Sachen verlierst Was du dir bislang stolz aufgebaut hast Genau wie die Identifikation mit deinem Volk Kann ich mir vorstellen Dass Civ VII hier gute mechanische Ideen hat Die aber auf ner emotionalen Ebene Sich einfach nicht so toll anfühlen Aber dafür muss ich's wie gesagt spielen Das kann ich jetzt noch nicht sagen Aber lasst uns den Stadtbau mal näher anschauen Und das bringt uns zum zweiten großen Ziel von Civ VII Es will sehr offensichtlich die Zahl an Klicks und Fleißarbeit reduzieren Die wir für kleine Aktionen aufwenden müssen Und hofft, dass dadurch mehr interessante, große Entscheidungen entstehen Was ich persönlich genau richtig finde Aus Multiplayer-Sicht gesprochen Im Late Game wird's schon sehr anstrengend Und ehrlich gesagt finde ich auch im Singleplayer Wenn jeder jede Runde Dutzende Befehle geben muss Für jeden einzelnen Baumeister Oder mal eine größere Armee Über eine längere Kartendistanz bewegen muss Super nerviger Albtraum Und Civ VII reduziert diese Einzelbefehle an allen Ecken Wenn auch teils etwas arg radikal Wo ich gespannt bin, wie das ankommt Zum Beispiel wirft es Baumeister komplett raus Und legt Verbesserungen, Stadtwachstum und sogar Bürgerverwaltung Alle in ein einziges System zusammen Wenn meine Stadt durch Nahrung wächst Wähle ich ein Feld, auf das sie sich ausbreiten soll Und dann wird da eine passende Verbesserung gebaut Und das Gebiet expandiert drumherum Hier zum Beispiel ein Fischerboot Weil ein Fluss als Teil ausgewählt wurde Das ist aber kein Bürger, den ich nochmal verschieben kann Dass er was anderes bearbeitet Das ist ein sogenannter ländlicher Distrikt Und dann gibt es noch städtische Distrikte Die baue oder kaufe ich mit Produktion oder Gold Und das sind nicht Distrikte wie in Civ VI Feste Distrikte wie der Campus oder das Handelslager Sondern die bieten einfach Gebäudeslots für Stadtgebäude Jeder hat zwei und ich sehe sogar optisch, welche ich darin gebaut habe Was ich ganz cool finde Diese Gebäude bieten dann durchaus Effekte ähnlich der alten Distrikte Zum Teil Nachbarschaftsboni, Ressourcen, Verbesserungen für all meine Fischerboote Und es gibt sogar Spezialeffekte, wenn ich zwei bestimmte Gebäude in einem Distrikt kombiniere Das ist zum Beispiel der Spezialdistrikt der Ägypter, den ich erwähnt hatte Außerdem kann ich sie noch mit Spezialisten verbessern Wenn ich beim Wachstum meinen Bürger dort reinsetze Statt auf ein ungebautes ländliches Feld An manchen Stellen ist das ein reduziertes System, ja Aber ich mochte es trotzdem sehr Weil es sich sehr flüssig und elegant spielt Sehr viele relevante Aktionen und Entscheidungen Halt auf ein recht elegantes System zusammen kondensiert Und es fühlt sich mehr nach organischem Städtewachstum an Dass sich die Stadt eben ländlich und städtisch ausbreitet Statt das etwas künstliche Brettspielsystem von Civ 6 Aber ich mag auch nicht alles daran Neue Städte starten jetzt erstmal als Kleinstädte Die wir auch ausbauen und wachsen lassen Aber die erstmal alle Produktion in Gold umwandeln Wir können die dann zu vollen Städten machen Oder sie spezialisieren etwa in eine Minenkleinstadt Um die nächstgelegene Stadt zu unterstützen Und ja, das eröffnet Strategien Augustus spezialisiert sich zum Beispiel auf ganz viele Kleinstädte Die alle die Hauptstadt unterstützen Weil bekanntlich alle Wege nach Rom führen Aber ich fand die Kleinstädte einfach weniger interessant Als vollwertige Städte Und habe den wirklichen Mehrwert dieser Mechanik Noch nicht so ganz gesehen Auch an anderer Stelle werden Klicks reduziert Bewegen wir Armeen über größere Distanz Können wir sie einfach unter dem Banner eines Befehlshabers zusammenfassen Und müssen dann nur den bewegen Der kann auch Befehle geben Wie auf einen Schlag all seine Soldaten ein Ziel angreifen zu lassen Oder sogar Einheiten aus der Heimatstadt Als Verstärkung an die Front her zu berufen Wodurch dann nach ein paar Zügen bei ihm erscheinen Bisschen unrealistisch Aber seien wir ehrlich Verdammt praktisch Es levelt auch nur dieser Anführer auf Dafür hat er deutlich größere Skilltrees Als die einzelnen Einheiten früher Und auch das fand ich alles recht angenehm und elegant Es bewahrt die wichtigen Strategien und Entscheidungen Aber konzentriert sie halt auf weniger Und dafür signifikantere Aktionen Und viele neue Optionen kommen dafür bei der Diplomatie dazu Denn wir haben Einfluss als neue Ressource Damit können wir haufenweise Projekte mit anderen Anführern in die Wege leiten Und die können dann darauf unterschiedlich reagieren Wenn wir zum Beispiel offene Märkte vorschlagen Kann der andere das mit seinem Einfluss unterstützen Dann kriegen wir beide 6 Gold pro Runde und alle profitieren Oder er akzeptiert es nur Setzt aber keinen eigenen Einfluss ein Dann kriegen wir immer noch 4 Gold Er aber nur 2 Also alle profitieren, aber ich etwas mehr Dafür kriegt der andere eben auch was Weil ich ihn nutze, um von ihm zu profitieren Ohne selbst was eingesetzt zu haben Und ich stärke auch einen feindlichen Spieler damit Oder er setzt Einfluss ein, um mich zu blocken Dann können wir auch 10 Runden nichts mehr Neues vorschlagen Außerdem können wir mit Einfluss dem Feind Kriegsmüdigkeit reinwirken, um ihn im Krieg zu schwächen Aber wir können das auch bei anderen Kriegen machen, um Partei zu ergreifen Und den Krieg zwischen zwei anderen Spielern zu beeinflussen Oder wir sanktionieren Spieler und schwächen sie in bestimmten Punkten Oder wir investieren den Einfluss in neutrale Dörfer Denn statt der alten Barbaren gibt es jetzt neutrale Kräfte auf der Map Die wir natürlich wieder militärisch erledigen können Aber das sind nicht einfach nur Barbarenlager Das sind neutrale Dörfchen, mit denen wir uns auch anfreunden können Und sie sogar unterstützen Und dann werden sie zu Stadtstaaten, deren Suzerän wir werden können Diese Mechaniken sind jetzt nicht alle neu Einiges davon gab es schon davor über verschiedene andere Systeme Wie Bündnisse, Spione oder den Weltkongress Aber das war oft, finde ich, recht krampfig und unelegant umgesetzt Hier dagegen habe ich jede Menge dynamische Optionen Für ständiges diplomatisches Schachern Und erst recht im Multiplayer stelle ich mir das so unglaublich spaßig vor Da auf verschiedenste Weise sich gegenseitig zu beeinflussen Oder zu sanktionieren und Strippen zu ziehen Um das Weltgeschehen im eigenen Sinne zu beeinflussen Bessere Diplomatie war einer meiner größten Wünsche für Civ7 Und es hat mich sehr gefreut, dass da tatsächlich einiges passiert Nur, dass die KI immer noch ihre stumpfen Agendas fährt, war enttäuschend Eine Herrscherin mochte etwa aus Prinzip keine Völker mit viel Wüstenland Und ich war halt Ägypten Boah, machst du nix Aber alles in allem scheint es mir, dass Civ7 einen guten Job macht Verwaltungsaufwand zu reduzieren Und trotzdem interessante neue Mechaniken zu bieten Manchmal ging es mir aber auch etwas zu weit damit Und zwar zum Beispiel bei der Zufriedenheit Das ist jetzt eine simple Punktzahl Städte generieren Zufriedenheitspunkte auf verschiedenste Weise Durch Gebäude und Boni Und sie wird wiederum reduziert durch Gebäude Und wenn wir mehr Städte bauen, als wir aktuell unterhalten können Das können wir immer noch machen Aber dann geht eben die Zufriedenheit etwas runter Wir müssen gucken, dass wir uns das leisten können Und Zufriedenheitsüberschuss triggert einfach regelmäßig eine Feier mit simplen Boni Unsere Regierungsform, zumindest in der Antike, bestimmt wirklich nur, welche Boni wir für diese Feier kriegen Republik gibt 20% mehr Kultur für 10 Züge und Despotismus 20% Wissenschaft Und dann gibt es noch einen allgemeinen Politik-Slot Die sind nicht mal mehr nach Kategorien unterteilt Da kriegen wir dann einen pro Feier dazu Und ja, das alte System war etwas friemelig Aber das war mir dann doch ehrlich gesagt zu banal, persönlichkeitslos und reduziert Luxusressourcen sind dafür spannender Die sind nicht einfach mehr nur für Zufriedenheit da Sondern manche Ressourcen bieten Boni für unser gesamtes Volk Andere weisen wir bestimmten Städten zu, um dort Boni zu bekommen Was noch mehr Anreize gibt, uns möglichst viele Ressourcen zu erhandeln Also, es ist ein Auf und Ab Ehrlich gesagt, Civ 7 macht so viel anders, dass es enorm schwer einzuschätzen ist, wie sich das alles am Ende zusammenfügt Ich hab mein Bestes getan, es hier für euch einzuordnen Aber ich hab ja auch nur drei Stunden Antike gespielt Bislang, da fehlt noch eine Menge Aber Ich mochte, was ich gespielt habe Das muss ich so klar sagen Ich mochte, dass es sich große Änderungen traut und es damit vor neue strategische Puzzles stellt Ich mochte, dass es die Bürokratie etwas runterschraubt Ich mochte den Spielfluss, den Grafikstil und die diplomatischen Optionen Bei anderen Sachen bin ich noch unsicher Wird es wirklich cool, unsere Städte jedes Mal neu zu bauen? Sind sie vielleicht doch mit manchen Vereinfachungen ein bisschen zu weit gegangen? Und wird an diesem doch sehr spartanischen und sehr hässlichen Interface vielleicht doch geschraubt? Bitte? Und natürlich, ich hoffe, es gibt mehr Aufmerksamkeit für den Multiplayer Die Entwickler haben das angedeutet Aber noch nicht viel drüber geredet im Detail Dass wir in Civ 6 acht Jahre nach Release immer noch mit Mods spielen müssen Damit grundlegende Features wie ein Spectator gut funktionieren Ist schon ein bisschen peinlich Und rund läuft der Multiplayer auch nicht immer Was wir zu Civ 7 wissen Man kann eine Runde auch nur über eine der drei Epochen spielen Was ziemlich kompakte Multiplayer-Partien ermöglichen könnte Die Antike kann man etwa in drei bis vier Stunden durchhaben Bizarrerweise sollen aber die Spielerzahlen pro Epoche schwanken Antike und Entdeckerzeit gehen im Multiplayer nur mit fünf Spielern Und erst die moderne mit acht So steht es zumindest im offiziellen Factsheet Und dann ginge keine komplette Runde von Anfang bis Ende mit acht Spielern mehr Das wäre schon sehr schade Also, viele Fragen offen, viel Neues Aber ich bin verdammt gespannt, mehr Antworten herauszufinden Und würde jetzt echt gern sofort weiter Civ 7 spielen Es erscheint passenderweise am 11. Februar Einen Tag nach meinem Geburtstag Oder schon am 6. Februar, wenn man für 99,99 die Deluxe Edition kauft Weil das ist halt die Welt, in der wir jetzt leben Ahem Aber sagt mir gern, wie euch die neue Richtung von Civ 7 gefällt Und das ist wirklich keine leere Ey, bitte kommentiert für den Algorithmus-Phrase Ich bin halt einfach wirklich verdammt gespannt, wie das alles ankommen wird Ich sitze jetzt seit zwei Wochen wie auf Kohlen auf diesen Infos Und meine Vermutung ist, es wird kontrovers Aber wie gesagt, ich mag's Soweit zumindest Und alles weitere sehen wir dann Und alles weitere sehen wir dann